Mal. Ja, Granatwerfer. Tank, tank schlechter. Das alles kannst du dank Granatwerfer dich freuen. Ja komm, was anderes ist es nicht möglich gewesen, dass du so viele getroffen hast, immer. Gleichzeitig. Die Witch müsste auch gleich kommen, da. Ich hab die auch voll erwischt. Ja, volle Kanne. Da ist ein... Du weißt, was da ist, ne? Hm. Ach ja. Was hast du für ne Waffe jetzt können? Weiß ich nicht. Mach noch nicht offen. Achso. Äh. Weil er ist nämlich auf dem Sniper. Ich weiß, ich bin gerade überlegen, die zu nehmen. Es könnte möglich sein, die einfach mal zu benutzen. Das kann jetzt auch wieder nützlich sein, finde ich. Ich weiß es nicht, für was. Weißt du was, ich nehm die einfach. Ich wollte eigentlich die Schotti nehmen. Die hier lag. Warte mal, wie hieß das gerade? Weiß wir nicht. Egal, ich nehm die Schotti. Äh. Nein, ich bleib bei der Schottkern. Drück mal, drück mal, drück mal Tape. Sie spielen jetzt... Ja. Das kannt ihn auch gar nicht, du. Ne. Komisch. Ist das der Ping, Alter? Boah, ist mein Ping. Das war das vorletzte. Ja, wie hieß das denn? Das... Keine Ahnung, wie das heißt. Weiß auch nicht. Das letzte ist die Rettung. Versagen immer. Boah, Nick. Mach doch einfach mal die Tür auf, ne blöder Idiot. Boah, ey. Ja, auf den Kopf schießen. Den schießt einfach auf den Kopf, dann ist das weg. Mach helter. Bam. Muss nicht weiter. Rochelle, du blöde! Das sind meine Pillen gewesen. Hallo? Du brauchst sie eh nicht. Du, alter Slug, du. Ja, meine wieder. Da kommen sie. Hm. Boah, passen, komm, meinten. Na, kriegen sie aber selber hinten rum. Ne, komm, die schaffen das. Ich bin schon in den Jets. Oh, sorry. Ich bin kein Zombie-Schiefer. Ja, aber kannst du bei der war für schlecht. Ne, brauchen wir nicht. Ich glaube diesmal nicht, obwohl, wenn die uns wieder killen, Rochelle und sowas. Obwohl, vielleicht schaffen wir das auch wieder dieses Mal, ohne, dass wir einmal sterben. Oh, oh, oh. Wo machst du die jetzt? Sorry. Hey, Lady. Ja. Das ging ja schnell, ne? Hier ist nix. Ja, ob die losgegangen sind eben. Hm. Wieso dreckst die, ehrlich? Alter, die wollen uns umbringen. Ja. Kein zu. Wollte mal Licht, wenn man das... Ja, ich hab Drill-Licht auch angelassen. Hier sind andere Waffen, ne? Ey, soll ich mal Rockstar spielen? Hab mir ne Gitarre! Mach doch. Ich bin ein Rockstar. Kommst du? Ah ja. Ach, da wüsste ich schon. Warte, 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 warte. Lass mir mal ein Zombie. Meinen Splitter. Äh, meinen du mal meine ich. Gib mir mal ein Zombie. Jetzt noch ein Zombie in der Nähe, es gibt mir den mal. Und Splitter kannst du ruhig abschießen. Kommt mit dem Bullshit, okay? Raus auf die Schleim! Ich hab diesen Glibberscheiß abgekriegt! Oh. Na komm, ich hab das gesehen. Komm runter, komm runter, schnell! Jetzt kommt es zu euch. I wanna be a Rockstar. Wieso komm runter? Ich war da unten. Ne, wurde es mir gerade nach oben angezeigt. Nö, ne, ich war unten schon. In der Ecke. Warte, eben. Nö, da. Ich hätte eben Gehalt von Niggli. Niggli, die Gli. Let's go! Hey, lass mich mein Rockstar-Leben ausspielen. Ich bin ein Rockstar. Ja, ich hab eben hier unten geguckt, ob da noch was war. Knife, 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 knife. Ja. Den Hilde ich mir, den hole ich mir. Jena, auf mich losgehen. Smokka! 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 habe ich auch zack 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 position ist oben ein messer die gerade alle ab okay bei einer junge das machst du fein besser die ab wir noch einmal nein müssen nicht hier runter springen oder das glaube ich eher weniger da hinten können wir unter springen ok hinten geht es runter ganz gemütlich machen sich für den kampf bereit vor und bewege den wagen kann man erst mal ein bisschen hier ich habe gesagt warte ich wollte mich nämlich eigentlich da oben hinstellen ich wollte gerade sagen schmeißt eine komische bombe weg munition sparen hier im sparmodus ich glaube wenn dieses mechanism ist da muss auf jeden fall sparen muss machen da gibt es ja keine munition schnarch wagen ach so ich habe hier ist so ich glaube naja müssen wieder hoch macht man macht man nicht lauf grad schauen die rennt einfach weg und ich bin da hinten und bin noch im schiefen ist klar halt die fresse smoker aber egal tschüss zombie einfach weiter gehen ja dann kommt also baller ist ja noch so gerne meine rückung wird sich erst heilen mach ich gar nicht was haben wir hier drin sind in der box der gitarre gar nichts müssen wir runter wenn noch irgendwas guck du ich warte hier draußen nimm mit hast du gut mit ihr munition band munition ja und ich habe eben noch media aufgesammelt war es ein charger oder waren das die jets das wird ein charger sein oder ich so ja ja klar wieso nicht dafür gar nicht ja das war ja wieder gefallen ich kann ja nur messer ich werde mich mal kurz halten mit medipack rausklammeln als sonne ist muss man reinkommen jetzt ne ne ist kein turn oder weiß ich nicht ne sind pillen egal die nimm ich mir raus egal burn 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 doch 1 tonne waffen ja guck mal meine waffen an und nein komm nimm das spielzeug aus der hand wir haben waffen nein ich glaube das muss sein oh weg ja weg mich schadbar komm her ich will kann ich jetzt was sagen können danke sehr toll aber die aus welche richtung die ganze buden aus checken ja nix neues ich wollte gucken was in dem raum drin ist vielleicht danke wir müssen ja du möchtest hoch ich möchte noch räume gucken hinter uns mit charge charge und tschüss stirbt zombie haben wir messer oder machete messer und machete ich bin jetzt machete ganz im film machete bad action dankeschön und mit der machete heute gibt es macheten schlagen das kann ja eigentlich nicht richtig sein oder ist das richtig nein ich wollte daneben werfen nein ich hab den voll auf die ecke geworfen halte ich mal lieber mach ich doch deck dich doch mein lieber freund ich würde mich verloren bis gerade reicht noch ja ja reicht noch alles gut hier ist ein messer uninteressant macht ihr da draußen ich wollte gucken ob da noch was drin ist ich hab doch nur geschaut so warte mal hier sind autos ganz ruhig da weitergehen hier ist eine rohbombe gewesen ich habe ein gutes gefühl gerade tröste dich nicht nur du wo shell vertraue ich ja kein meter hey ich war es jetzt lass die lunte brennen bitte kommen ich stelle mich vor dir so aber weiter naja gehen wir weiter die schaffen das eigentlich hinter uns sollten sich ich habe um angst an und nicht gerade angst kommen wir vor uns ich hatte nämlich den und den schon angst gehabt halt guck du bleib da am safe boom ja rochelle macht's doch schon und dauert auch moment das willkommen ja willkommen doch schneicht hand aber auch nur lange krüppelchen ich gebe den aber mein medipack nicht da soll sich ein eigenes nehmen so komm jetzt komm rein ja der wollte gerade nach oben gehen und ich mache die tüte meine güte so